Es ist ja ganz schön kalt hier. Ja, ich bin nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag! Boah, was ist das denn jetzt hier? Hallo! Guten Morgen! Guten Tag! Hallo! 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 Mein Jott, der fährt ja, das ist ja unglaublich. Hallo! 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 Hihi! Hallo. 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 Schönen guten Tag. Hallo. 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 Schönen guten Tag. Hallo. 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 Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Ja, das ist ein Schumacher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Guten Tag Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag Guten Tag Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo? 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 Guten Tag? Hallo? 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 Huih, ich Minh Dann können sie mich mal anständig fahren. Das ist der Michael Schumacher, ja? Hallo? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020